Aus dem Gedichtbuch der Wundersee und die Schattengeister Magie der Ausrichtung Am Ende des Weges wirst du ein Staubkorn sein. Der Wind trägt dich sanft nach Hause zurück in die Unendlichkeit. Fürchte nichts, so bist du immer frei. Sei das Licht im Dunkel, dieses für immer reisend bleibt. Fragst du dich oft auf deinem irdischen Lebensweg, warum die Sorge und nicht die Freude überwiegt? Erfahre es jetzt und kehre diese Kräfte um. Mach dich bereit für die Erkenntnis und Magie der Ausrichtung.